Ich seh hier niemanden. Ah, guck mal einen an. Kaputt! Ach, da unten ist... Ach! Kaputt! Okay. So weit, so gut. Jetzt müssen wir, glaub ich, hier hoch, oder? Ich bin grad nur am Vermuten, weil ich kenn das Ganze ja eh nicht. Also, nicht so in dieser neuen Version. Man merkt ja, sie haben einiges gendet noch. Okay, hier ist... Oh ja, oh ja, Energie. Energie immerher mit. Sehr schön. Ähm, mäm, 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 mäm. Wir müssten theoretisch noch weiter nach oben. Wir können aber nur da hoch. Wir können natürlich auch erst nach unten gehen. Was wahrscheinlich besser sein dürfte. Nein, nein, nein! Halt dich fest! Gordon! Meine Güte! Hallo? Okay, so weit, das haben wir schon mal geöffnet. Und jetzt, äh... Was müssen wir hier noch machen? Ah, hier können wir durch, ne? Jo! Ja, lieber die Schrotflinte für diese Ecke hier. Und... Zack-Di-Zack! Woh! Legt euch nicht mit Gordon Freeman an. Ich mein, klar, ihr habt, äh... nicht mehr die Kontrolle über euch selbst, aber... hier könnt ihr immer noch versuchen, dagegen anzukämpfen. Mo, Glück habt. Sehr viel Glück gehabt. Hallo! Ah, cool. Jetzt bin ich hier in diesem anderen Raum gelandet, für die Pumpe und allem drum und dran. Flow to Main Reactor. Ähm, ich würde mal stark vermuten, dass ich hier jetzt reinspringen soll. Deswegen speichere ich mal. Oh, da war Energie. Nein, brauchen wir ja nicht. Ab nach oben. Allerdings wird uns hier oben jetzt, glaube ich, einiges erwarten an Gegnern. Denn hier waren wir ja noch nicht. Hä? Wow! Nicht schlecht, das Viech. Nicht schlecht. Also die Sprünge hat's drauf. Wisst du was? Bevor ich mir hier meine Munition verballere, kann ich doch gleich das nehmen. Vier Schüsse reichen, ja. Eins, zwei, drei, vier. Und sieh da, es funktioniert doch. Jetzt muss ich nur noch den Reaktor hier hier unten aktivieren. Oh Mann, was ist denn hier passiert? Ach, auf der anderen Seite. Wow! Was? Was? Aua! Mann! Die Viecher gehen mir so auf die Nerven. Leben und alles, sehr gut. Leben und alles, sehr gut. Nein! Ich hab's nicht geschafft. Blöd, 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 blöd. Nein, warum haltet ihr so viel aus? Wasser da, Wasser da! Allee! Allee! Speichern! Hopp! Jetzt kann man sich ja nicht entgehen lassen. Schnell nach oben, Gordon! Nach oben! Sehr gut. Braver Gordon. Guter Gordon. So, nach ganz nach oben. Und jetzt sollten wir ja hier durchkommen. Genau, jetzt ist ja die Energie auch wieder da. Nicht mit mir. Okay, vielleicht doch. Habe ich dem einen wohl einen Headshot verpasst? Zentripetale Anziehung. 25. Das heißt, wir sind so mit dem Ding um die Ecke treffen. Wuh! Krieg mal hin. Schambo. Schön, nochmal ein paar physische, physikalische, Moment, physikalische Begriffe eingebracht. Ah! Das funktioniert auf jeden Fall sehr gut! Ja, fast. Ich hasse diese Fächer. Wow! Warum kommen jetzt auf einmal die ganzen Vortys hierher? Vortys Gorns. Aber jetzt muss ich nach da unten, oder? Muss ich hier irgendwas anstellen? Ich weiß es nicht. Da soll ich auf jeden Fall nicht runter. So viel ist klar. Ich weiß nicht, wenn ich hier einfach mal die Treppe hochgehe. Genau, Treppe hoch. Und dann könnte ich hier rein theoretisch irgendwas sein. Energie zum Beispiel. Ja gut, dann sind wir hier. Dann gehen wir eben hier runter jetzt. Wir machen uns eigentlich auf dem Weg nach oben. So. Ich hab doch gesagt, halt dich fest! Mann! Ich hab das sogar mit... Ich hab sogar die ganze Zeit eh gedrückt. Gott, ey! Es gibt's doch nicht! Ich würde da gerne durch! Warum kann ich da nicht durch? Hä? Was hab ich denn verpasst? Muss ich denn nach oben? Oder wie? Oder wo? Oder hä? Moment! Moment! Ich hab hier doch irgendwas verpasst, oder? Irgendwas ist hier doch noch falsch. Ich hab doch eigentlich alles aktiviert. Gehen wir doch mal wieder zurück. Und schauen wir mal, ob hier noch irgendwas ist dann. Habe ich echt irgendwas vergessen? Hör weiter, hör weiter, hör weiter! Ich will hier nicht sterben! Lade da unten! Ich hoffe, ich habe hier jetzt nicht echt was vergessen, was ich aber langsam glaube. Sonst wäre da unten jetzt gerade was passiert. Sobald ich mir das denken kann. Da sollten wir nochmal Nachforschung anstellen. So viel ist ja schon mal klar. Und wir haben noch 13 Leben. Das ist... ...ein bisschen sehr viel wenig. Alter, warum geht hier nicht drauf? Mann, nur noch 9 Leben. Alter, das wird kritisch. Das wird sehr kritisch. Hier drehen. Es ist alles aktiviert. Ich muss jetzt erst nur nochmal zurückgehen. Nach rechts war es. Ich brauche jetzt erst nochmal Leben. Oh, natürlich. Ist ja gut. Chill! Ja? Sonst war das nicht der Letzte. Was auf der Erde wartest du? Der Reaktor ist verletzt. Geh jetzt! Oder es ist noch Zeit! Solange noch Zeit ist! Blalalalalalala! Ja, für mich ist auch bald keine Zeit mehr mit nur 28 Leben. Da kann ich auch schnell mal sterben, ja? So. Mansion Station, Oaks Tank Reactor Access. Da muss ich doch hin. Speichern wir mal lieber. Ja. Leck! Geht das? Granaten-Action! Bam! Ja? Nur so und nicht anders. Oh Gott, wir werden hier so untergehen. Jetzt habe ich ihn erst gesehen. Das ist blöd. Alter! Jungs, hört auf! Auf mich zu schießen, du wie du so ein Blöde! Ja? Ja? Leute, ich bin fast tot! Hört auf! Auf mich! Zu schießen! Jetzt könnt ihr wieder auf mich schießen. Gerne. Komm, hopp! Ich schieße auch zurück. Ah! Ups! Das war so nicht geplant. Das war so nicht geplant. Okay, los geht's. Ich schwimmen in das nichts. Ich schwimmen in das nichts. Ich sehe den Ausgang. Mit nur noch acht Sauerstoff. Eieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieiei! Ich muss schnell in die frischen Luft. Ich muss schnell in die frische Luft. Ich schlug. Und weiter! Na, okay. Korschen, Korschen, Korschen. Hallo! Ja, der Kern sieht nicht schlecht aus. Bisschen radioaktiv vielleicht. Hallo, ich bin's. Ich würde gerne überleben, hier durchkommen und die Welt retten. Natürlich unsere Welt, hätte ich gedacht. Die Vortigons regen mich langsam ganz schön auf, euch auch. Ich hoffe doch. So viel dazu. Immer vorbereitet sein. Wiii, schön. Schalten wir den mal in den Reaktor. Oh. Oh. Wow, äh, 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 äh. Oh, Schaltet! Ähm, ich glaube, das sieht nicht gut für uns aus. Was? Na, warte, hier kann ich ja gar nicht weiter. So, mach nochmal. Okay. Hier bin ich soweit doch sicher. Okay. Bin ich mal hier drunter her. Ich sollte vielleicht auch mal speichern, jetzt wo ich schon so nah hier dran bin. Und hoch. Krasse Action hier. Krasse Action. Ja, halt. Ja, halt.